Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Wir haben ja schon den Donnerstag, dem 2.11.2023. Schon wieder ist ein Monat rum und ich habe heute dir folgende Themen mitgebracht. Apple, Matter, Huawei, China, Elon Musk, Samsung, Huawei, Samsung, MacBook und iMac. Ja, Samsung kommt zweimal vor, auch Apple das eine oder andere Mal, aber auch Huawei. Aber ihr habt es ja gerade gehört. Wir starten mit Apple Pay Later, das jetzt offiziell für alle gestartet hat da draussen, zumindest in den USA. Nach einer längeren Testphase, wo am Anfang nur die Mitarbeitenden von Apple, zumindest ein Teil davon, und später ein paar mehr Kunden mitmachen durften, dürfen jetzt alle. Jetzt kaufen, später bezahlen. Etwas, was mir gar nicht gefällt und ich hoffe, dass sowas nicht hier in die Schweiz kommt. Obwohl, Twint hat ja schon fleissig kopiert und macht das auch schon in der Schweiz, was ich sehr, sehr für bedenklich halte. Vor allem, da man immer wieder gross heraushält, ja, Twint ist ja viel besser als diese Kreditkarten, weil eben genau keine Schulden. Und dann kommen sie selber mit so einem Quatsch hinten vor. Aber ja, wir werden sehen, wenn und ob das überhaupt zu uns kommen mag. Die erste Apple Watch Ultra, die vermochte noch eine halbe Stunde auf 50 Meter Tiefe zu verbringen, ohne dass ihr etwas passiert ist. Die neue Apple Watch, die ist darauf ausgelegt, 100 Meter unter Wasser zu tauchen, ohne dass ihr etwas passiert. Jetzt ist, wie so oft bei diesen Produkten, wieder mal ein Apple Device irgendwo in einem Wasser liegen geblieben. Nicht ein iPhone, nee, dieses Mal war es eine Apple Watch Ultra. Nicht ein Jahr lang, wie beim Phone, das wir vor kurzem mal hatten, nee, es ist drei Monate lang. Was ist passiert? Ein Taucher hat auf 9 Meter Tiefe plötzlich bemerkt, wie sich seine Apple Watch verabschiedet hat. Und er ist der nicht mehr hinten nachgekommen. Er konnte sie nicht rausholen und dann blieb die Uhr halt da. Er hat über wo ist, sie ausfindig machen wollen, hat den Modus angemacht, von wegen, wenn ihr das findet, ist meine, gebt mir zurück und so weiter. Ja, was ist passiert? Drei Monate später wurde die Uhr gefunden. Sie lag die ganze Zeit unter Wasser, hat dem Druck standhalten können. Nach circa einer Woche permanenten Aufladen ging sie wieder wie am ersten Tag und lief ab dann auch wieder. Was für eine tolle Geschichte, immer diese Werbung, aber sie funktioniert, weil eben die Produkte funktionieren. Ja, es ist soweit, endlich, Meter 1.2 ist dran. Was heisst das? Ja, nicht wie bei Meter 1.1 nur ein paar Bugfixes. Nee, es kommen neue Produkte mit dazu oder Produktkategorien. Ein Kühlschrank, ein Saugroboter, Klimageräte, Rauchmelder und so weiter und so fort. Insgesamt sind es deren neun Kategorien, die mit dazugekommen sind. Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, zum Beispiel auch noch Luftqualitätssensoren, Luftreiniger und Lüfter, also Ventilatoren gehören da auch dazu. Doch wann das Update dann schliesslich bei all den Kunden da draussen landen wird, wird sich noch zeigen. Man geht von Monaten aus, also so irgendwas im nächsten Frühling dann wahrscheinlich. In China konnte Huawei ihren Absatzmarkt endlich wieder steigen, und zwar um satte 37%. Auch steigen konnte Honor und hat somit den Platz 1 erklommen. Die ehemalige Huawei-Tochter ist da jetzt voll vorne mit dabei. Gross verloren haben Oppo und Vivo. Die haben sogar fast so viel verloren zusammen, wie Huawei gewonnen hat. Das ist eindrücklich und genau, zu Vivo gibt es sowieso auch noch tolle Neuigkeiten und oder auch nicht, wie man es auch immer nehmen mag. Die basteln nämlich jetzt auch an ihrem eigenen Betriebssystem rum. Android soll doch nicht das sein, was sie dann eben noch länger nutzen möchten. Und oder wahrscheinlich geht es da bald auch in eine Richtung, wie man es bei Huawei kennt. Blue OS, auf den Namen hört übrigens das Betriebssystem. Ich bin mal gespannt, was sie da zusammenschrauben werden. Weiter geht es mit X und die haben eine Idee, also besser Il Musk hat eine Idee, eine Idee eines Premium Plus Abos. Also das, was man schon hat, einfach noch mit einem Plus hinten dran und dafür doppelt so teuer. 16 Währungseinheiten soll es kosten und ein paar mehr Funktionen bieten. Ich bin ein bisschen müde. Ich lasse das aus. Wenn es euch interessiert, geht am besten selber nachlesen, was da alles noch mit dazu kommt. Ich werde mein Twitter, heisst das Blue, einfach das kostenpflichtige Twitter wahrscheinlich jetzt dann beenden und mir mal ein bisschen kostenpflichtiges Meta gönnen. Ne, mal schauen, was ich dann damit tue. Weiter geht es mit Samsung und die haben eine neue Marketingmasche rausgehackt, um vermeintlich oder vielleicht und oder hoffentlich für sie mehr Smartphones zu verkaufen. Wer mal ein iPhone hatte, der kennt es. Backup in die Cloud, neues Telefon anmelden, zack, alles ist wieder da, wie es war. Das soll jetzt auch bei Samsung gehen. Zumindest für temporär 30 Tage kannst du dein gesamtes Galaxy Smartphone in die Cloud hauen. Sofern, und da kommt die Klammer auf, eine individuelle App, also einzelne App, die 100 GB Datenmenge nicht übersteigt. Wenn das so ist, dann wird die nicht gespeichert, aber alles andere wird gespeichert. Normalerweise hast du 15 GB auf dem Samsung Account kostenlos zur Verfügung, um eben ein Backup zu machen. Jetzt kannst du in die Vollen hauen. Und somit natürlich dann auch gleich das Smartphone wechseln, weil es dann halt einfach einfach geht. Weiter geht es mit Huawei und ja, am Wochenende. Mein Nachbar war ganz entsetzt, hat mir einen Screenshot geschickt nach dem Motto, mein Android-Device ist von einem Trojaner befallen. Ja, das haben wir dann nach kürzerem oder besser gesagt längerem Rumsuchen und Recherchieren rausgefunden. War zum Glück nicht so. Google oder besser gesagt Huawei hat ein Problem mit einer Google-Komponente, also ein Stück Software auf dem Huawei-Device, und deshalb da eine Warnung ausgesprochen. Was muss man tun? In den Einstellungen und bei den Apps, Tablet Manager, Optimizer, den Bereich Speicher löschen, also sprich im Bereich Speicher den Cache löschen und danach die Daten löschen, einen Neustart machen und dann dürfte das vorbei sein. Wir waren vorher gerade bei Samsung, sind es jetzt wieder. Ich habe ein Video gemacht, wie ich mit dem Samsung Galaxy S23, ich glaube sogar das Pro oder Ultra, gezaubert habe. Wie das funktioniert, wie Harry Potter das macht, das zeige ich dir im Video. Link dazu auf daily.geekdog.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Ja, neue Zahlen oder zumindest vermeintliche Zahlen sind raus, denn wir wissen ja, nicht jeder Hersteller gibt sie raus. Aber so wie es ausschaut, hat im vergangenen Quartal Samsung 59,6 Millionen Smartphones verkauft und Apple vermeintliche 53,6. So nah waren die beide noch nie aneinander, ausser im Weihnachtsgeschäft, da wo Apple seine neuen Phones vorgestellt hat, in normaler Weise, da kann es schon zu einer Annäherung kommen. Aber jetzt im berüchtigten dritten Quartal, das zeigt, wie nicht unbedingt gut es anscheinend Samsung geht oder wie sensationell es Apple aktuell immer noch geht. Ja, immer diese Zahlen. Mal schauen, wo wir dann im nächsten Quartal stehen. Stehen tun wir da vielleicht schon vor einem neuen Device. Apple hat nämlich vor zwei Tagen neuen iMac mit M3-Prozessor vorgestellt, aber auch mehrere oder die MacBook Pro-Familie. Auch hier mit der M3-Chip-Familie hat der iMac nur den, in Anführungs-Schlusszeichen, einfachen M3-Prozessor drin. Kannst du beim MacBook wählen zwischen den M3, zwischen den M3, äh, genau, wie heisst er jetzt schon wieder? Der Pro und den M3 Max, genau, so rum war es. Ja, alle haben Leistung satt, sogar übermässig Leistung drin, was aber ganz eindrücklich ist und Apple hat hier, nachdem vor kurzem, vor wenigen Tagen Qualcomm seine neuen Prozessorchen vorgestellt hat und die Idee dahinter, nochmals richtig ein auf die Pieps gehaut. Genau, ja, Apple hat nämlich extrem stromsparende Prozessoren verbaut, drei Nanomillimeter Herstellungsverfahren, ist aktuell der einzige Hersteller, der sowas in der grossen Masse liefern kann und das ist natürlich besonders spannend. Akku, Laufzeit von über 22 Stunden sind damit möglich, und zwar beim Gebrauchen, nicht beim Rumstehen lassen. Und es gibt auch eine neue Farbe, ein Space Black, Space Schwarz, Space Grey, ja, was war's? Auf jeden Fall eine schicke neue Farbe und eben richtig viel Power. Und zu guter Letzt, ja, die Keynote. Wer sie gesehen hat und dachte, ja, kann man machen, überlegt euch mal, das Ganze da, was ihr gesehen habt, wurde mit iPhones gefilmt. Ich nehme an, mit den 15 Pro Max, also den grossen iPhones, das ist schon besonders eindrücklich, würde ich mal behaupten. Und falls ihr es nicht gesehen habt, es könnte sich lohnen, die ganze Show eigentlich genau aus diesem Gesichtspunkt mal anzuschauen. Das ist nämlich schon sehr, sehr eindrücklich, was Apple da geliefert hat. Ja, und das war's dann auch mit den heutigen Themen. Ich hoffe, für dich war das eine oder andere mit dabei. Vor allem hoffe ich, dass wir uns bald wieder mehr hören und ja, euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag und wie immer, wenn du magst, einen wunderschönen Tag. Bis dann, dein Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.